Hallo und Willkommen zur Fußballreisen-Logo-Challenge und jetzt starten wir mit den Engländern. Keine Ahnung, da hilft mir glaube ich auch kein Tipp was. Also der Major hat das Gefühl, das sollte wissen. In England bin ich auch nicht gut, ich bin echt nicht gut. Keine Ahnung. Leicht für mich, ehemaliger Verein Wolverhampton. Wolverhampton? Genau, stimmt. Dort hat er gespielt, ja. Ja ok, nein. Hätte ich nie erotten. Oh, geiles Logo. Irgendein Hammer. Wahrscheinlich auch jeder hat kein Wissen außer ich. Hammer. Schaut das wie Hammer. The Hammers. West Ham. West Ham. Aber West Ham. Ist es West Ham? Hammer. Ja gut. Hafiz,gliedzt. aren呀! Ah! Was? Wie bridge Zhang? Darkness wird suivre. Abite? Es.